Das ist Launenten-Elbe, am 24.05.2013. Nächste Breberstätte ist hier, Launenten-Elbe. Da gibt's noch Reihenhäuser, meine Reihenhäuser. Leider etwas Regen, schade, aber hier kommt wieder öfter durch. Diesmal hierher wollen wir in Süden gehen. Ja, natürlich Reihenhäuser, Bruchhäuser. Aber wir wollen in Süden, und zwar in den Ostpart. Und wir wollen uns da mal umschauen. So weit die Spreche heute noch. Und da wollen wir mal Reporte machen. Eigentlich, als Reporter, müsste ich ja in den Späten sein, hier zur Zeit. Und da über die Migranten-Zone berichten. Aber... Lass man jetzt... Ich will mir mein Auto auch nicht abfackeln lassen. Und daher... Bleibe ich hier. Erstmal hier. Oder bei Süden. Da oben. So. Erstmal ne Pause. So, leider Regen. So, macht ja nix. Ist jetzt hier trocken. Gucken wir trotzdem ein bisschen. Das haben wir hier alles. Dieser Döner 2. Und da sind zwei hinterher, gibt es unter 1. Hier können wir wohl in die Schlacht nach unten rein. Glaublich. Die Bögen-Apotheke haben wir hier. Werden. In dem Katt, wie es morgen ist. Die zweite Zentrum. Rechts. Der ist zwar nicht, wo man es begängt hat. Das macht irgendwie vielleicht. Hier unten. Wenn es überhaupt klappt. Burstengard. Und wo geht das nicht runter? Okay, deswegen geht es nicht runter. Kürzen aus. Ich habe gedacht, das finde ich immer nicht. Ich hoffe, hier hinten runter. Hoffentlich. Okay, das wird alles nichts. Das sollte das Zentrum sein, die Altstadt. Können wir vielleicht mal sehen. Da oben ist man nicht noch. Aber... Ich hoffe, ich fang das aber trotzdem kurz kurz an. Dann drehen wir dann oben. Hier sehen wir schon ein bisschen die weite Sicht. Man könnte dann schön runter gehen. Das sieht man allerdings. Dann könnte man runter. Wenn ich so ein Auto runterkomme, ist das immer noch nicht festgestellt. Das macht auch nichts. Das habe ich es mal geschafft. So, dann fahren wir wieder raus. Das war dann das Zentrum. So. Also, wir haben es schon wieder nicht gefunden. Und... Das ist egal jetzt. Komm hier längs. Ist ja auch schön. Also, hier geht es nicht richtig ins Zentrum. Die Altstadt nicht. Das muss irgendwie ein Geheimtipp sein. Wenn man in gelangt, muss ich mal nach vorne. So. Kommen Sie. Weiter. Die Spielumtechnik ist hier links. 2G. Hier ist aber die normale Strecke, die ich so fahre. Jetzt scheint er langsam besser zu werden. Nicht mehr so zu sehen. Längst die Reihenhäuser. Da oben. Alles friedlich. Alles friedlich. Konsequent für Launenburg. Die Wählergemeinschaft. Gibt ja hier bald. Malen. Ganz Schleswig-Holstein. Links geht's. Links geht's. Polski. Sternrad. So. Hier Reihenhäuser. Langsam kommen wir auf die Elm Zoo. Das ist hier. Die Launenburg Elbe. Ein Top-Sector-Laufburg. Statt da irgendwie auf dem Plakat. Kleine Top-Sector-Laufburg. Kleine Top-Sector-Pause hier. Nicht, dass sie unzufrieden werden. So wie in Schweden. Das ist ja eine riesengroße. Arbeitslosigkeit. Unter den Migranten. Und das hat natürlich dazu. Migranten. Protesten geführt. Und. Da wird man jetzt wahrscheinlich. Den Leuten Arbeit geben. Müssen. Irgendwas machen oder so. Oder wird sie wieder zufrieden sind. Und. Ich hoffe ich dass das auch klappt alles. Dass man wieder Ruhe einkehrt. Na. In Schweden war ich ja vor. 40 Jahren. Und. Da konnte man auch seinen Kocher. Am Bahnhof. Unbeaufsichtigt. Einfach so abstellen. Und das machen wir heute. Wir machen so. Wir sind hier einfach am Bahnhof. 2-3 Stunden. Hingestellt. Erstmal waren sie noch da. Was wird heute passieren. Sie sind vielleicht immer noch da. Aber da ist ein Sprengkommando dabei. Das würde wahrscheinlich dabei sein. Und. Das Ding mit der Wasserkanone zerlegen. Und das hier nicht. Ja. Aber damals alles in Ordnung. Ein paar besoffsten. Das war da. In Göteborg. In Göteborg war ich. Malmö nicht. Malmö ist jetzt heißes Pflaster. Brennt dann mal. Und. Und. Natürlich. In Stockholm auch. In Göteborg weiß ich nicht. Da hab ich noch nix von gehört. 40 Jahre. Eine lange Zeit. Stockholm. Schweden hat sie verändert. Auch in Launenschwebe. Hier gibt es jedenfalls jetzt einen Hafengrill. Die gab es noch 40 Jahre. Bestimmt noch nicht. Da braucht man die Wand gern. Da braucht man die Freiber denn. Da hab ich kein Problem da. 40 Jahre. Da braucht man die Wand. Und jetzt soll das weiter besser werden. Südlich der Elbe. Ist auch wieder mal okay. Die Spiele rein. Ist auch mal weg. Ich hab's immer noch nicht rausgekriegt. Die waren jetzt von oben. Von der. Von der. Von der Straße. Hier unten. Runtergucken. Muss mir mal einer sagen. Der Hübekanal. Was hier voll gespielt. Hier die. Die. Wie heißt die Bär Pitzler. Da ist ja auch noch. Das war eben der Kanal. Jetzt kommt die Elbbrücke. Jetzt kommt die Elbbrücke. Da kann man das sehen. Alles schnell. Jetzt geht's nur halbwegs noch. Okay. Das wär's denn auch. Und tschüss.